Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tinnitus-Sprechstunde. Kiefergelenksprobleme, Verspannungen, Fehlhaltungen sind ja eine der häufigsten Ursachen für Tinnitus und auch eine Ursache für Verschlechterungen von Tinnitus. Insofern ist eine Maßnahme gegen diese Kiefergelenksverspannung auch eine Maßnahme gegen den Tinnitus häufig. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Da haben wir schon einige besprochen, auch in der Tinnitus-Sprechstunde hier. Das Einfachste ist natürlich das berühmte Loslassen. Selber darauf achten, dass man keine Spannung aufbaut, dass man immer wieder locker lässt, dass man den Kiefer einfach mal ein bisschen dehnt, vorsichtig und das in dieser Form eben entspannt. Zweite Möglichkeit ist, dass man das Ganze unter Anleitung macht, in Form einer Krankengymnastik. Eine CMD-Krankengymnastik, Kraniumandibuläre Dysfunktion, so heißt dieses Krankheitsbild auch. Das können Zahnärzte verordnen und die machen das in der Regel auch noch, weil die noch nicht mit ihrem Budget für Krankengymnastik so viele Probleme haben wie die Hausärzte. Also einfach mal mit dem Zahnarzt sprechen. Das Zweite, was der Zahnarzt oder Kieferchirurg unter Umständen machen kann, ist eine Schiene anpassen. Insbesondere, wenn ein richtiges Pressen oder Knirschen vorliegt, also ein sogenannter Bruxismus, dann ist das nicht nur schlecht für das Kiefergelenk und für den Tinnitus, sondern auch für die Zähne, die dann einen größeren Verschleiß haben, schneller kaputt gehen und dann eventuell notwendige Behandlungen erfordern. Die vierte Möglichkeit ist Akupunktur. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Man kann mit Akupunktur, indem man bestimmte Reizpunkte sticht, für eine Entspannung im Bereich des Kiefergelenks, des Nackens auch und auch des inneren vegetativen Nervensystems sorgen. Und was es jetzt neu gibt, deswegen habe ich hier so komische Drähte, ist der sogenannte Relax-Bogen. Den hat eine clevere Physiotherapeutin erfunden, die mit Massagen und Drucktherapie ansonsten diese Muskulatur zur Entspannung bringt. Und dann hat sie sich gesagt, ich kann nicht bei allen Leuten gleichzeitig drücken, deswegen kann das ja vielleicht mal dieser Relax-Bogen machen. Und ich zeige das vielleicht mal, den legt man sich einfach ganz unproblematisch um den Kopf und die Druckpunkte hier drücken dann einmal auf den Musculus Masseter, das ist der Kaumuskel, und oben auf den Musculus Temporalis, der zum Beispiel bei Kopfschmerzen und solchen Verspannungen eine Rolle spielt. Also auch hier noch eine gute Möglichkeit, ganz einfach für eine Entspannung im Bereich der Kiefergelenke zu sorgen. Insofern gibt es keine Ausreden, es gibt viele Möglichkeiten. Einfach anfangen, wenn das Problem vorliegt und viel Erfolg damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.